Willkommen, liebe Freunde, zu diesem kleinen Infovideo. Ich möchte euch eine Sache erzählen, die es jetzt gibt. Es gibt nämlich einen neuen Kanal von mir und von Salah335, dem auch schwer und beschäftigt, falls manch einer kennt ihn, manch einer will ihn wohl kennen. Wir haben jetzt genau einen Kanal, der heißt schwer und beschäftigt, einen neuen YouTube-Kanal, wo es geile Let's Plays, Challenges, Wettessen vielleicht, keine Ahnung, halt so coolen Content geben wird. Alle zwei Tage um 18 Uhr kommt da ein Video, also so Montag, Montag, Mittwoch, Freitag, Guten Sonntag, könnt ihr euch merken. In der Videobeschreibung habe ich mal den Kanal verlinkt und das erste Video, das ist da jetzt immer so ein bisschen, was Pase ist, was ist passiert, wie, wo, was, was kommt hier. Ähm, ja, abonniert den sehr, sehr gerne und liked und teilt und erzählt es euren Freunden und, weiß ich nicht, macht was, Hauptsache abonnieren und die Videos gucken. Das ist das Beste, was ihr machen könnt, tatsächlich. Das würde mich auf jeden Fall, das würde uns sehr freuen, wenn wir das machen. Ansonsten, auf dem Kanal bleibt natürlich alles, wie es ist, auch auf Louis Jam, da kommt der Podcast, wenn mal wieder ein Podcast kommt von Schwermbechet, mal gucken, kommt dann halt auf den neuen Kanal, Staffellauf kommt da weiterhin und hier kommt weiterhin so regelmäßig Let's Plays, wie ihr es gewohnt seid, aber ich kann euch versprechen, ich verspreche euch hoch und heilig, die Aussage wird wahrscheinlich schlecht eidern, dass, äh, auf dem neuen Kanal, schwer und beschäftigt, dass es da regelmäßig Content geben wird. Versprochen, Leute, versprochen. Also die erste Woche kriegt ihr auf jeden Fall regelmäßig Content und die nächste Woche bin ich mir auch sicher, dass wir das hinbekommen. Ja, ich hoffe, ihr freut euch. Das ist eine schöne Sache für euch. Ansonsten, äh, guckt weiter in die Streams, das wäre ja das Beste eigentlich. Und halt den neuen Kanal. Und ja, damit hätte ich eigentlich schon halt gesagt, ne. Ich, ja, abonniert, liked, kommentiert und, ne. Ich bedanke mich und sag bis dann und schau.